Hallo miteinander, ich bin die Jackie von Photography by Jackie und heute haben wir ein Projekt geplant, nämlich die vier Fotografen ein Cosplay Challenge. Hier werden wir an dieser Location dann die liebe Timber Cosplay später shooten in verschiedenen Spots, jeweils zehn Minuten und diese Fotografen nehmen daran coolerweise teil und die können sich das mal gerade kurz vorstellen. Hi, ich bin Dirk auf Instagram omayduk. Ich fotografiere heute mit der Sony Alpha 7 Mark 3 und mit dem Sony 85mm 1.4 Blende Objektiv. Hi, ich bin Lea von Lazy S Photos und ich fotografiere heute mit der Canon EO 70D und dem 50mm von Canon. Hi, ich bin von Anime Designer KS und ich arbeite mit dem Sony A7 Mark 4 und habe das Sigma Objektiv 105mm mit 1,4 ab. Ich selbst arbeite heute mit der Canon R und dem 50mm 1.4 Sigma Objektiv. Für dieses Projekt haben wir hier unser Model. Hi, ich bin Timber Cosplay, ich cosplay seit 2016 und heute bin ich als Zelda unterwegs aus Breath of the Wild und habe zwei Autos mit. Seid gespannt. Beginnt jetzt der Stott und der Timer startet jetzt. Da kann ich noch einmal! Na ja, bis jetzt! 1, 2, 1 Ne, ne, das mit dem, wie du so ein bisschen am Arm hast. Ja, ja, genau so. Hier. Ok. Ja, ja, ja. Wie soll ich mich denn fühlen? Ich hab einmal... Was war das denn? Ja, das war ich. Hey, jetzt mach ich. Ok. 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 Ja, ich weiß nicht, weil es ist blau und ganz leicht reicht auch. Ich will nur, dass die Haare nicht angelöst werden. Ich liebe dich, ganz leicht. Die Haare ist besser, alles besser als zack. Braucht ihr Reflektor? Ja, ich fang jetzt an. Ja, der ist so perfekt. Das ist genau das hier. Aber dann sieht man die, das sieht man nicht. Das ist natürlich eine Menschheit. Der ist so perfekt. Der ist so perfekt. Ah! Das ist so gut. Eins, zwei, drei. Ich bin besonders frei, wie ich finde, dass sie dynamisch stehen und aus verschiedenen Perspektiven. Was wäre das für eine sehr neue Weise? Wo das Gericht hat? »Das ist ziemlich ehemalig.« »Das ist sehr beeindruckend, weil die Gericht hat, Das muss ich warten, bis die Leute weg sind. Ich hab meinen Slot immer, ne? Bei Böttöp ist das auch die ganze Zeit die Leute. Kannst du die Augen mal schließen, so vertrauen? Ich arbeite ja nicht so viel. Das ist auf der Kamera. Hast du gerade Tügel wie gemacht? Ja? Ja, stopp. Ja, das ist so schön. Musik Dann würde ich als Ritter. Das ist hier eine kühlte Frühstück. Der Staff hat uns angesprochen, als wir hier in der Lavelle gefahren. Das war so eine alte Frau. Nein, das war ein alter Herr. Auf jeden Fall krieg ich alle die Tüße. Und es war glaubt, es war ein Freund und so. Und dann haben wir, okay, komm, wir suchen uns eine andere Küche. Dann haben wir eine andere Küche. Die war richtig schön, aber die war zu süß. Und dann sind wir nachher im Hinterhof gegangen. Und dann gucken. Warte mal. Ich glaube, hier vorne wird es. Ja, okay, doch. Ja, ich muss ihn gerade überlegen. Toll. Oh mein Gott, ich hab ihm das... Ja, jetzt sag ich das nicht. Ja, jetzt sag ich das nicht. Oh, was ist das überhaupt? Ananas, wo das echt abgeschnitten ist. Reise. Ja. 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 Musik 15 Minuten? Ja, 15 Minuten. Kannst du dich einmal kurz reden für Milch und Strom? Ich habe wegen der Brust ein bisschen problematisch. Nein, sie kann die Brust nicht besser halten. Also es schwingt nicht so schön. Eins, zwei, drei. Entschuldigung. Ja, das ist so cool. Ja, das ist perfekt. Oh mein Gott, man sieht das und es ist richtig geil. Ja, das ist ganz schön. Ja, das ist so schön. Das ist so schön. Das ist so schön, oder? Das ist mir egal, weil das ist gut. Aber du zeigest dir gleich. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, das war's für heute. Wir hoffen, dass ihr Spaß habt mit dem Video. Wir hatten auf jeden Fall alle viel Spaß gehabt. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein bisschen Feedback in den Kommentaren geben könnt. Und wir hoffen, dass es dann nicht nur bei dem Teil bleibt, sondern auch beim nächsten Teil. Und wir das weiterführen können mit neuen Cosplayern, neuen Fotografen. Einfach mal schauen, wie es denn auch hier wird. Das ist nicht, dass wir hier weg... Das weg. Nein, 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 nein. Cut.